... mit einer simplen Methode. Mit genau dieser Methode hast du es geschafft, einen 23-Jähriger in nur 7 Tagen über 2.500 Euro Profit zu machen. Jetzt fragst du dir wahrscheinlich, das ist bestimmt irgendwas Krypto oder hier. Nein, es ist kein Krypto, es ist kein komisches Trading, es ist eine sehr viel einfache Methode. Deswegen machen es auch so viele. Jetzt fragst du wahrscheinlich, muss ich da irgendwas Besonderes können? Nein, du brauchst kein technisches Können, du brauchst keine eigene Website, du musst nicht mal viel Zeit dafür aufwenden und das ist ja das Wichtige dabei. Aber leider passt diese Methode hier nicht in das ganze Video rein. Dafür habe ich ein kostenloses Live-Training für dich, an dem du wie gesagt kostenlos teilnehmen kannst, wo ich dir wirklich Schritt für Schritt erkläre, wie es funktioniert, wie es auch für dich funktioniert und auch warum es funktioniert. Um daran teilzunehmen, um die wirklich 5-Schritte-Methode kennen zu lernen, klicke jetzt unten links, wenn du am PC bist, um kostenlos teilzunehmen, auf Anschauen klicken oder unten rechts, wenn du am Handy bist. Dort werde ich dir wie gesagt komplett alles erklären, genauso wie ich es auch den Leuten vor dir erklärt habe, die das jetzt umsetzen und damit gute Ergebnisse erzielen. Also, du brauchst nicht viel Zeit, das ist nämlich das Wichtige, weil wenn du angestellt bist, hast du einfach nicht viel Zeit, ich kenne das selber, aber du brauchst mehr Zeit und genau dafür ist es da, dass du gutes Geld nebenbei verdienst, damit du mit deinem Job ein bisschen runterfahren kannst, am besten sogar kündigen kannst und dann mehr Zeit für dich hast. Denn das ist ja das Wichtigste im Leben. Aber um diese simple 5-Schritte-Methode kennenzulernen, klicke jetzt wie gesagt unten links, wenn du am PC bist, direkt auf Anschauen klicken oder unten rechts, wenn du am Handy bist. Es ist ein kostenloses Live-Training, wo ich dir wie gesagt komplett von A bis Z alles erklären werde. Also, ich sehe dich beim Training, klicke jetzt unten links, wenn du am PC bist oder unten rechts, wenn du am Handy bist und ich sehe dich im Training. Bis dann.